Auf geht's! Stehen bleiben, rechtes Bein nach außen, linkes Bein nach außen. Schön aufrecht sein. Versucht euch zu stabilisieren im Stand. Auch rein, Brust raus, Nase bleibt oben. Achtung, nächste Übung. Stehen in die Hocke, Fingerspitze zu der Fußspitze, kennt ihr, das ist nichts Neues, aber brauchen wir jetzt zum Aufwärmen. So, was trainieren wir heute? Das wisst ihr, wir trainieren Beine und Po, heute ist Bein und Po Tag. Wir machen jede Übung für dreimal 30 Sekunden mit 10 Sekunden Pause dazwischen. Okay, das ist schnell viel Pause. Wenn wir die Übung dreimal gemacht haben, dann haben wir sie abgehakt. Dann habt ihr 40 Sekunden extra Pause und dann kommt die nächste Übung. Ihr macht die Übungen so schnell wie möglich. Das heißt, wir trainieren heute auf Wiederholungszahl. Heißt auch, Technik vor Tempo, aber ihr sollt schon ordentlich Gas geben. Achtung, Beine auseinander. Von einer Seite auf die andere. Beine. Und tief nach unten. Jawohl. Schön. Lasst euch Zeit. Beine strecken, Oberkörper tief. Halten die Füße langsam zusammen. Und dann langsam aufstehen. Es geht. Rechtses Bein hinter das linke Arm über Kopf. Und dann wechseln. So, ich mache es halt so. Ich zeige euch die Übungen. Aber dann werde ich deutlich langsamer sein als ihr. Ich muss halt ein bisschen langsamer machen, aber ihr braucht mich nicht. Ihr gebt Vollgas. Ihr gebt volles Tempo. Das Ziel ist, dass der Hintern nach dem Training brennt. Und dass die Oberschenkel am Zittern sind. Das ist euer Ziel für heute. Ihr macht es schon. Und ich bin ja euer Cheerleader. Ich gebe auch alles. Und aufschütteln. So, eure erste Übung. Ihr braucht eure Hand drin. Und zwar nehmt ihr die überkreuz. In beide Hände. Oder ihr nehmt eine Flasche. Arm über den Kopf. Also, Arm hoch. Linkes Bein steht überkreuz mit dem rechten. Geht in die Hocke. Aufstehen. Rechtes Knie nach oben. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Und los geht's. Und das ist auch Tempo. Auf geht's. Jawohl. So, die erste. 30 Sekunden laufen. Und ihr lasst die Nase oben. Zieht mit dem Knie Richtung Ellbogen. Und dann gleich wieder runter in die Hocke. 10 Sekunden. Jawohl. Genau. Nase hoch. Und Tempo. Die erste Runde ist zum Reinkommen. Die nächste Zeit können ihr Gas geben. 2, 1. Und halten. Halten. Auf geht's. 4, 3, 2. Jetzt geht's in Runde 2. Es geht tief. Hopp. Tief. Hopp. Tief. Hopp. Auf geht's. 15 Sekunden. Komm, auf. Der Po bremst. Super. 1, 2, 3, 2. Das Knie kommt nach außen. Nicht vor der Körper, sondern nach außen. 5, 4, 3, 2. Halten. Halten. Komm auf. 4, 3, Runde 3. Und ab geht's. Und ab geht's. Jawohl. Ab geht's. Keiner wartet auf mich. Ihr macht es schon. Jawohl. Der Po muss bremst. Linke Kupfer gebrennt schon. Ich weiß. Jawohl. Tief. Und der Knie hoch. Noch 7. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gehen. Haube. Eure Aufgabe in der Pause ist. Spur aus. Hohe ausschütteln. Bein ausschütteln. Cool bleiben. Das ist eure Aufgabe. Nächste Übung. Jetzt müsst ihr hergucken. Es sind zweimal Ausfallschritt. Und eine Vorbeuge nach vorne. Achtung. Kurzer Ausfallschritt. Langer Ausfallschritt. Vorbeuge nach vorne. Kurz. Lang. Hoch. Nach vorne. Okay? Es geht um den Hintern. Jetzt nochmal immer das Teil. Hintern. Es geht los. In 5, 4, 3, 2, 1. Es geht. Kurz. Lang. Hoch. Nach vorne. Achtung. Kurz. Lang. Hoch. Nach vorne. Hoch. Kurz. Lang. Hoch. Nach vorne. Auf. Geht. Komm. Komm 10 Sekunden. Auf. Nehmt die Arme mit. Die Arme müssen mitarbeiten. Die sind zum Gleichgewicht halte. Auf geht's. Jawohl. Und Pause. Zur Pause. Halten. Halten. Und ausrichten. Beine gehen. Kurz. Lang. Hoch. Nach vorne. Kurz. Lang. Hoch. Nach vorne. Und ab. Kurz. Lang. Hoch. Hoch. Weiter. 10 Sekunden. Und dann haltet ihr wieder vorne. Schaff ihr. Kommt. Es fremden. Egal. Ihr wollt es. Geh mal die Hüfte. Nach. Drei. Zuh. Eins. Halten. Halten. Eine Runde. Hör mal nach. Drei. Zuh. Aufrichten. Und ab. Schöne Technik. Das hindere Knie zieht zum Boden. Und dann guckst du auch rein. Und wenn ihr den können, weil die Husten nicht wettet, dann macht ihr langsam ab. Einmal noch. Kommt auf. Zuh. Eins. Hörchen. Okay. Spürt ihr was? Spürt ihr was? Daumen hoch, Daumen runter. Okay. Nicken zählt auch. Jawohl. Jetzt haben wir die zwei Übungen auf die andere Seite. Heißt, ihr braucht eure Handeln. Arme über den Kopf. Ich zeige sie nochmal langsam. Rechts ist mein Städt. Link ist mein über Kreuz. Das hintere Knie zieht zum Boden. Aufstehen. Und dann kommt das Knie nach außen. Ellbogen Richtung Knie. Oberkörper neigt sich auf die linke Seite. Und zurück. Die zehn Sekunde Pause haltet ihr hier oben. Es geht los. In zehn. Denkt dran, erste Runde zum Reinkommen. Die andere Seite jetzt anzufangen, ist auch wieder schwer. Okay. Langsam. Und dann habt ihr zwei Runden zum Gasbebeln. Und auf geht's. Unter und weg. Unter und hoch. Jawohl. Schafft ihr lässig. Locker lässig. Jawohl. Ja, genau. Mit Kraft. Arme über den Kopf und dann zur Seite ziehen. Noch mehr zur Seite. Ja. Und die Arme bleiben aber über den Kopf. Okay. Also nehmt die Arme nicht nach unten, sondern die bleiben über den Kopf, aber der Oberkörper bleibt nicht nach rechts. Pause. 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 Halt die Seite. Halt die Seite. Und weiter geht's. Jawohl. Handeln haltet ihr so lange wie möglich in der Hand. Wenn es entgeht, macht es weg. Das nicht aufkosten, der Technik sein jetzt. Jawohl. Genau. Macht die Handeln weg. Und weiter geht's. Auf. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Halten. Halten. Komm, halten. Auf geht's. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzte Runde. Und hopp. Schön. Jawohl. Zur Seite ziehen. Genau. Zur Seite ziehen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus bei allen. Jawohl. Genau. Mit Kontrolle und trotzdem Tempo beim Finger. Zehn Sekunden noch. Hopp. Es brennt. Aber das wollt ihr. Auch das wollt ihr. Vier. Drei. Zwei. Und Häuschen. Dringt was. Beine ausschütteln. Beine ausschütteln. So. Nächste Übung. Rechtses Bein steht. Linkes Bein geht. Es geht. Eins. Zwei. Hoch. Nach vorne. Und zurück. Wichtig. Egal ob langer Ausfallschritt nach hinten oder großer. Es zieht immer das hintere Knie zum Boden. Das rechte Knie ist nicht hier vorne, sondern hinter eurer Fußspitze. Deswegen. Eins. Zwei. Hoch. Nach vorne. Und zurück. Es geht los in drei. Zwei. Ein. Und ab. Und eins. Zwei. Hoch. Nach vorne. Erste Runde. Lasst euch Zeit. Schöne Position. Zehn Sekunden noch. Auf geht's. Zehn. Und dann haltet ihr vorne. Linke Bein gerade in der Luft. So. Ein. Halte. Halte. Achtung. Aufrichten. Und weiter geht's. Eins. Zwei. Hoch. Nach vorne. Aufstehen. Eins. Zwei. Hoch. Nach vorne. Und aufstehen. Euer linkes Knie will so knapp über der Boden. Auf geht's. Zwei Sekunde. Auf. Auf. Zwei. Hoch. Und nach vorne. Und nach vorne. Halte. Und halten. Vier. Zwei. Zwei. Aufstehen. Und weiter. Letzte Runde. Und wieder. Sucht euch ein Tempo raus. Sagt euch den Rhythmus im Kopf. Und nehmt die Arme mit. Bleibt in der Technik. Dritte Runde ist immer die härteste. Ihr wisst es. Zehn Sekunden noch. Auf geht's. Sieben. Sechs. Keiner hört auf. Letzte zehn Sekunden hört keiner auf. Drei. Eins. Pause. Pause. Heute wechseln wir. Und jetzt geht es an die Oberschenkel. Und jetzt geht es an den Puls. Wer jetzt mal nicht außeratmet, spätestens jetzt ist es soweit, ihr startet mit Füßen geschlossen. So tief wie möglich in die Hocke. Po zurück, Busch raus, Rücken gerade. Ihr öffnet und schließt. Öffnet und schließt. Okay? Wer nicht springen kann, der steppt. Die zehn Sekunde Pause dürft ihr aufstehen und Beine ausschütteln. Tempo. So schnell wie möglich, aber Popo runter. Ab so. Zehn Sekunde noch. Noch zehn Sekunde. Beine ausschütteln. Sie geht jetzt richtig in die Schenkel. Popo runter, voll Gas. Gewicht auf die Färze. Achtung und ab. Auf, zu. Auf, zu. Jawohl. Popo runter. Oder steppen. Auf geht's. Jeder macht das, was er kann heute. Es ist völlig egal, ob es auf der Problem ist, und ihr strengt euch an, was die Tagesformel ergibt. Auf geht's. Zehn Sekunden noch. Komm auf. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aufstehen. Ausschütteln. So, jetzt kennt ihr die Übung. Entweder gleiches Tempo oder schneller. Achtung. Zwei. Und ab. Jawohl. Komm, komm, auf geht's. Jawohl. Entweder ihr springt oder ihr bleibt mit mir. Kein Problem. Aber die Schenkelbremme, wenn ihr aufhört. Auf, fünf Sekunden. Uh. Zehn. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Weiter. Weiter. Pause. Einmal noch. Einmal noch. Atmen. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und ab. 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 Jawohl. Auf geht's. Komm. Tempo. Hin und runter. wieder, Nase ein, Mund aus, komm, tief ausatmen, ihr müsst aufs Atmen bis Dauer achten, 10 Sekunden, keine Halt auf, dann macht ihr mal eine Version, aber keine Halt auf, 4, 3, 2, Pause, äußern, atmen. So, und ihr merkt, es ist kein Scherz für heute, okay, ihr habt relativ viel Pause, ja, aber ihr gebt Vollgas in 30 Sekunden, und dann macht ihr richtig viel heute, deswegen, wenn ihr außer Atem seid, super, wenn ihr denkt, ihr könnt, ihr schafft es noch bis zum Ende. Nächste Übung, und jetzt wird's wieder um das so gemein, rechtes Bein nach vorne, ihr geht halb nach unten, nicht ganz tief, sondern halb, und macht Wechselsprünge, okay, und wenn nicht, bleibt ihr hier bei mir. Erst geht los, 10 Sekunden noch, ihr geht nicht ganz nach unten, nur halbe Höhe, okay, weil ihr wollt, wo ich komme, 4, 3, 2, 1, Hop. Pulp, 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 üppelp. Wohnen Undend, streng, 3, 2, 1, Pause. Jawohl, 10 Sekunden, noch 2 Mal. Achtung, 3, 2, 1, hopp. Haben wir eigentlich so 10 Schatten gemacht? Oder ihr macht weiter, wenn ihr könnt, macht weiter, nehmt die Arme mit. Komm mal auf, 10 Sekunden, auf geht's, komm mal auf geht's. 5, 4, 3, 2, 1, 10 Sekunden. Jawohl, schafft ihr nochmal. Die 3. Runde ist nur hier drin, die schafft ihr. Achtung. Ab geht's, hopp, hopp, hopp. 4, ab geht's. Und tief in die Hauke. Nehmt nachschauen, das ist schön, mal auf, wenn ihr könnt. 5, 4, 3, 2, 1, 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 2, 1, 10 Sekunden. Und wir haben noch, wir haben noch ein bisschen, 10 Minuten haben wir noch. Nächste Übung. Achtung. Ah, Achtung, jetzt geht ihr in die Hauke. Fingerspitze zu der Fußspitze, aber der Po muss runter. Nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Alternativ, wenn ihr nicht springen könnt, dann geht ihr nach vorne. Ihr seht es, mein Ziel ist heute nicht, dass ich nachher am Boden liege und im Kahn, okay? Jeder von uns hat ein anderes Ziel. Ich probiere für mich, das Ziel zu setzen, die erste 10 Sekunden gesprungen. Und dann mache ich die Light-Version. Ihr macht das genauso, so lange wie möglich, die Hardcore-Version. Und dann geht ihr in die Light-Version, weil das ist absolut nicht schlimm, das ist absolut genauso anstrengend. Und ihr werdet danach genauso stolz auf euch sein können, auch wenn ihr nicht die Hardcore-Version durchgezogen habt. Also nochmal einflatschen und los geht's, ja. Okay, 10 Sekunden schon rum. Wichtig ist die Kurbelrunde. Wichtig ist die Schädelbrenne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ausschütteln. Zweimal noch. Zweimal noch. Tempo versuchen zu halten. Es wäre langsam, aber es wäre nicht schlimm. Hohen ab. Komm ab. Und 10 Sekunden schon rum. Auf geht's. Und weiter. Kleiner macht den Po hoch. Hoch runter. 10 Sekunden. Ei, ei, ei. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Schündet aus. Eine Runde noch. Ihr wisst es. Und wenn ihr wisst, die dritte Runde ist nur hier. Und ab geht's. Auf geht's. Und 10 Sekunden schon rum. Auf geht's. Und ich hab hier. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Vorrunde. Egal welche Dession ihr macht. Aber vorrunde. 4, 3, 2, 1. Pause. So, wir haben noch eine Runde jetzt. Dann machen wir noch eine kleine Burnout-Runde und dann haben wir's. Nächste Übung. Es geht auf die Knie. Yunger. Endes vierfüße. Ihr trinkt was. Und jetzt ist so ein bisschen Hass erlaubt gleich, okay? Ihr könnt fluchen, ihr könnt alles machen, aber ihr macht die Übung. Vierfüße stellen, Füße aufstellen, es geht der Po zu der Decke, unter die Knie, gut abfedern. Ihr geht bis fünf Zentimeter über den Boden. Und dann kommt der nächste Sprung. Alternativ ohne Sprung. Okay, ihr macht so lang wie möglich die Hardcore-Version. Und dann guckt ihr, wie ihr durchkommt. Aber ihr hört nicht auf. Es geht los. Drei, zwei, eins. Und ab. Komm, auf geht's. Schafft ihr. Ihr schafft es. Auf geht's. Über die Hälfte schon. Weiter. Hoch, 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 runter, abspringen oder nicht. Weiter geht's. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Knie ab. Pause. Atmen. Schafft ihr. Nur noch zwei oder noch mal. Ihr schafft es. Auf geht's. Drei, zwei, eins. Und ab. Komm, auf geht's. Zehn Sekunden habt ihr. Weiter, weiter. Wenn ihr mit dem Springen könnt, springt ihr dann. Dann macht ihr das ohne Sprung. Dann streckt ihr die Beine und beugt die Beine. Ich schwöre es euch jetzt nicht auch anstrengen. Zehn Sekunde. Oh, es brengt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Pause. Letzte Runde. Letzte Runde. Ihr wisst, das ist bedeutend Vollgas. Drei, zwei, eins. Und ab. 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 Komm, 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 auf. Auf geht's. So. Komm, 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 komm. Auf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zuhu. Eins. Pause. So. Vier Lieben. Aufstehen. 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 Es geht aufstehen. Aufstehen. In die Hocke. Arme hoch. In die Hocke. Jetzt. Arme hoch. Komm, auf geht's. Hey, süßen Popperunde. Arme hoch. Auf geht's. Ich hab's gesagt, es gibt eine Burnout-Runde. Auf. So tief wie möglich. So tief wie möglich. Linkes Kalb bleibt. Ihr dreht zurück. Und nach vorne. Geht zurück. Und nach vorne. Und auf. Komm. Burnout. Jawohl. Schaffen wir. Wechsel. Andere Seite. Hoch, runter. Auf geht's. Gleich vorbei. Erstmal noch zwei Minuten. Drei Minuten. Und dann hat das geschafft. Am Tempo. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Halten. Halten. Es geht auf die Zehenspitze, auf die Ferse. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Komm ihr, wenn ihr seid, ihr schafft es. Schafft es. Zehn Sekunde. Tief. 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 Hoch. Tief. Drei. Zwei. Eins. Es geht von links nach rechts. Tiefe Hocke. Tiefe Hocke. Und jetzt merkt ihr, jetzt habt ihr ein Bein zwischen den Ballen entlastet. Fühlt sich fast angetausend. Fisch keine. Atmen. Okay. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung. Ganz weicher Sprung. Ich darf nichts hören. Hopp. Zehn Sekunde noch. Und dann haben wir noch 30 Sekunden. Bis zum Glück. Und dann haben wir es. Zwei. Hoch. Tief in die Hocke. Halten. Tiefer. So tief wie möglich ist in die letzten 30. Hoch. Arm auf. Hoch runter. Innen runter. Runder. Genau. Arm hoch. Arm nach vorne. Arm voll stören. Egal. Halten. Arm runter. Komm da. Gehen noch zwei Terminele. Ich weiß nicht, ich denke, ihr könnt. Aber ihr könnt noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aufstehen. Vor mir. Aufstehen. Sehr hoch. So. Mein Plan war, heute keine Matte zu benutzen. Aber. Jawohl. Und ich sehe da ein paar Einflatsche. Richtig so. Dann guck mal, ob mein Partner auch einflatscht. Würden Sie auch einflatschen? Oh Gott. Okay. Also ihr holt die Matte raus. Aber ich habe es mir jetzt doch anders überlegt. Wir dehnen auf der Matte. Im Stand war genug. Und zwar gehen wir in die Vierfüße. Beziehungsweise in den Kniestand. Oberkörper aufrecht. Und die kennt ihr. Ihr lebt euch das Umgangsteil. Ein bisschen zurück. Und kommt wieder nach vorne. Wir dehnen uns jetzt den Hüftbeuge auf. Oberschenkel, Vorderseite. Ihr müsst nicht extrem in die Position rein. Jetzt mal einfach nur spüren. Der kommt zu. Po bleibt weg von der Ferse. Hüfte zurück. Jawohl. Super. Dann setzt ihr euch hin. Hoch auf die Ferse. Rechtes Bein nach vorne. Und Oberkörper tief. Und dann wechsel. Rechtes Bein zurück. Linkes Bein nach vorne. Oberkörper tief. Und absintheit. Wir legen uns auf die linke Seite. Linkes Bein 90 Grad nach vorne. Ihr schnappt den rechten Fuß. Zieht die Ferse Richtung Po. Hüfte vor. Und halten. Und halten. Ganz ruhig. Atmen. Nase ein. Ganz lang durch den Mund. Ausatmen. Versucht den Puls runterzubringen. Dann Beine wechseln. Ihr streckt das linke Bein. Nehmt das rechte Bein nach vorne. Fixiert das rechte Bein von oben mit der linken Hand. Die rechte Hand auf den Pushkorb. Und dann dreht ihr euch mal nach hinten. Und dann dreht ihr euch mal nach hinten. Dann Oberkörper nach vorne. Beide Beine übereinander. Dann könnt ihr euch einfach umdrehen auf die andere Seite. Und die andere Seite noch halb liegt auf rechts. Rechtes Bein nach vorne. Linker Knöchel fassen. Ferse zum Po. Und Hand ziehen den Fuß. Dann rechtes Bein strecken. Linkes Bein nach vorne ablegen. Rechte Hand von oben aufs linke Knie. Linke Hand auf den Pushkorb. Und dann nach hinten drehen. Dann den Oberkörper nach vorne. Beide Füße übereinander. Wir drehen uns nochmal in den Vierfüßen. Knie so weit auseinander wie eure Matri. Füße geschlossen. Po zurück. Arme nach vorne. Und halten. Und dann geht's in den Vierfüßen. In den Schneidersitz. Letzte Position. Und dann haben wir's. Achtung. Einatmen durch die Nase. Ausatmen. Linker Arm tief. Richter Arm über den Kopf. Dann zur Mitte zurück. Einatmen. Ausatmen. Tief. Und zur Mitte. Einatmen. Langziehen. Ausatmen. Öffnen. Einatmen. Schön weit auseinander. Und ausatmen. Locker. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Wir sehen uns morgen zum Sixpack Training. Ich freu mich drauf. Genießt die Couch. Ciao. Ciao. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.